Hallihallo, kurzer Tipp, Ubuntu 1504. Wer denkt, du hast ja wohl einen Vogel, das ist doch gar kein Abfall. Nein, wie wird Werbet lebhafte Meerkatze und Katze ist auch nicht ein Vogel. Ist egal, jedenfalls ich wollte das Vieh. So auf dem Desktop, also dieses Bild. War aber nicht möglich, ich kriegte immer das Startbild. Da stand Ubuntu 1504, so als hätte ich mich gerade so eingeloggt. Der White ist geblüht, kam wahrscheinlich durch meine Bastelei. Kurzer Rede, langer Sinn, war geschuldet diesem Dekonf-Eintrag. Wer das auch mal haben sollte, dass sich das Desktop-Hintergrundbild sich nicht ändern lässt. Nach einiger Suche im Internet gefunden den entsprechenden Eintrag unter Gnome-Settings-Demon. Der Demon hat zugeschlappt. Plugins-Background, das Häkchen Active war nicht. Dann konnte ich schon mal meinen Hintergrund ändern. Aber nicht mit Rechtsklick. Und ich musste mich einmal ausloggen, wieder einloggen. Wie konnte ich es sonst ändern? Ja, über die Systemeinstellung klar. Da konnte ich dann die entsprechenden Darstellungseinstellungen machen. Und der Vogel erschien sofort nach und in und out und gut war es. Das nächste war, dass dieser Rechtsklick wieder geht. Dass man sofort den Hintergrund ändern kann. Konnte ich ändern mit dem Optimierungswerkzeug. Gnome-Tweak-Tool. Der Picture-Vogel war hier Symbol auf der Arbeitsflächeanzeigen. Auf, an und an, geht das auch wieder. Ich hoffe ihr mitgeholfen zu haben. Vor allem mit freundlichen Grüßchen. Und Tschüss.